Hallo, da sind wir wieder und machen heute einen neuen Party-Schnaps. Und zwar Kirsch, Banane mit Wodka, auch Kiba-Wodka. Und dann fangen wir an. Ich habe auch schon alles vorbereitet. Bananensaft, Kirschsaft, Wodka. Hier ist eine Waage, damit wir dann auch die Zutaten genau abmessen können. So, einmal auf Tara gestellt, damit wir nicht das Gewicht der Schüssel mit berechnen. Wie ihr seht, ist es jetzt auf Null. Wir geben jetzt den Bananensaft rein, circa 400. Aber wenn es ein paar Gramm mehr ist, ist es auch nicht schlimm. So, jetzt können wir das Ganze wieder auf Null machen. So, jetzt geben wir circa 200 Milliliter Kirschsaft dazu. Ja, fast ganz genau. So, jetzt geben wir nochmal 200 Milliliter Wodka dazu. So, etwas mehr geworden. Verrühren wir das gleichmäßig. Sieht sehr dunkel aus. Das heißt, die Mischung ist noch nicht so geworden, wie ich sie gerne hätte. Wir geben nochmal ein bisschen was nach. So, jetzt haben wir nochmal 200 Milliliter Kirsch, äh Bananensaft dazu gegeben. Jetzt kostet man natürlich. Man schmeckt immer noch den Wodka raus, das wollen wir ja nicht. Es sei denn, ihr schmückt den Geschmack. Dann könnt ihr das so lassen, dann ist er perfekt. Aber, wenn das ein Getränk sein soll, wo man nichts von merkt, zumindest vom Geschmack her, dann ändern wir das Mischungsverhältnis nochmal ein bisschen. Geben nochmal ein bisschen Bananensaft und nochmal ein bisschen Kirschsaft hinzu. Vermengen das Ganze nochmal gleichmäßig. Jetzt ist er perfekt. Dann füllen wir das in irgendeine Flasche um, die wir hier in dem Falle schon vorbereitet haben. Da lagen ganz normale, alte Flaschen, die ihr von den anderen Schnäpsen überhattet, die schön sauber machen. Oder ihr kauft euch natürlich ganz normale. Auch als Idee zum Verschenken. Dann kann man selber bedrucken mit einem vernünftigen Etikett. Aufpassen natürlich, dass ihr nicht zu viel einschenkt, dass oben überläuft. So, jetzt haben wir es so voll gemacht, dass wir das Etikett gerade verdecken. Dem Flaschen halt. Und schon haben wir unsere Flasche fertig. Jetzt kalt stellen und dann ist es für heute Abend für die Party vorbereitet. Lasst es euch schmecken!